Vor der Schule Brütenhagen. Schaut euch das mal an, was hier los ist. Also es ist alles zerdeppert hier. So sieht es hier aus. Alles zerdeppert. Kaputt gemacht. Scherben. Also ich frage mich, was hier los ist, was das für ein Hass ist. Guckt euch das mal an. Also mir fällt dazu nichts. Pass bloß auf, dass sie nicht in die Scherben reintritt. Wer hat das gemacht? Das weiß ich nicht. Ich habe nur eine Alkoholflasche oder so. Ja. Da liegen auch noch Matratzen. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich kann dir das nicht sagen. Also hier ist Hora Hass. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier haben die auch noch was hingeschmissen. Was das ist? Ein Beutel? Was ist hier passiert? Das möchte ich jetzt mal wissen. Guckt euch das an. Vor der Schule. Da fällt mir nichts mehr zu ein.